Ich glaube, das war jetzt heute ein Spiel, wo die Zuschauer eher wenig Torchancen gesehen haben, wo sehr intensiv war das Spiel und wo wir dann mit der ersten großen Chance von uns oder mit der ersten Möglichkeit in Führung gegangen sind. War dann immer schwierig, wir definieren uns ja schon über Ballbesitz, es war aber schwierig, den auszuspielen, weil wir dann unter Druck gesetzt worden sind. Da erwarte ich so in Zukunft, dass wir da einfach ein bisschen ruhiger agieren. Zweite Halbzeit dann schnell das 1-1, wo wir dann in der Mitte einfach die Zuordnung verlieren. Und dann fand ich, war es ein relativ chancenarmes Spiel, wo es dann immer wieder Möglichkeiten gibt. Ich als Trainer von Holstein Kiel sage, wir haben ein, zwei Möglichkeiten, wo wir was draus machen können. Mein Kollege wird wahrscheinlich sagen, am zweiten Pfosten bei den Durchbrüchen waren immer ein, zweimal die Spieler frei. Aber zum Schluss habe ich es als leistungsgerechtes 1-1 empfunden. Erstmal ist es für uns sehr, sehr positiv, dass wir gegen eine Mannschaft wie Holstein Kiel, die in der Liga, glaube ich, auch als sehr ballbesitzstarke Mannschaft gilt und eine sehr gute Passquote hat, dass wir in diesem Spiel sie so unter Druck setzen konnten, dass sie das so nicht ausspielen konnten, dass wir sogar mehr, also eine höhere Passquote hatten als Holstein Kiel. Das ist für Ingolstadt jetzt nicht unbedingt immer so gewesen in dieser Saison. Wir haben, ja, ich glaube, 15 zu 6 Torschüsse. Das zeigt eigentlich ziemlich klar, dass wir die Mannschaft waren, die über weite Strecken auch des Spiels dominant war. Erste Halbzeit haben wir, ja, es war so eine Torchance, es gab noch so eine zweite Halbchance von Kiel. In der zweiten Halbzeit kann ich mich fast nur an den Distanzschuss erinnern, der knapp übers Tor ging. Ansonsten haben wir in der zweiten Halbzeit relativ dominant gespielt, haben viele gute Situationen im Strafraum gehabt, haben auch einige Torchancen gehabt. Von daher sehe ich das schon so, dass wenn wir das Spiel gewonnen hätten, sicherlich, dass auch die meisten mitgegangen wären und gesagt hätten, es ist auch okay, so von der Art und Weise, wie wir es dann auch da bestritten haben. Torchancen haben wir vergeben, aber ich bin auch erstmal froh darüber, dass wir mal Torchancen hatten. Also wir sind im Spiel, wir haben den Gegner gut bespielt, wir haben uns Chancen herausgespielt, wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt, viel Pressingsituationen gehabt, haben es trotzdem hinten ordentlich verteidigt. Das sind alles Dinge, die stimmen mich sehr zuversichtlich. Rückstand, auch das hat heute auf die Mannschaft keinerlei Einfluss gehabt. Wir haben sofort weitergespielt, sind nicht eingebrochen. Und ja, das alles sind sehr positive Zeichen, aber es ist auch nur ein erster Schritt. Und da müssen wir jetzt weitermachen, das muss die Selbstverständlichkeit werden. Und wenn wir uns dann auch weiterhin belohnen, vielleicht mit dem einen oder anderen Tor, dass wir dann mehr zählen, dann haben wir vielleicht auch wieder eine andere Ausgangssituation in der Liga.